gucken wir doch mal hat man nur stress mit ihm ja so ein paar kopfhörer mal ein bisschen hier genau hauptfarbe passt schon sind teile übrig geblieben bei mir sind die ganze zeit immer teile übergeblieben jetzt wollen wir noch schuhe ich bin auf dem weg zum rusty needle du bist ja erstmal im shoppen ist leute da muss es ja eine verbesserung zu vorher sein du hast was die nüge ich habe ich schon wieder bargeld nehme ich den job ist ja alles hier in der ecke ich krieg ihn ich krieg ihn warum auf dem dach ach da ach du scheiße 1 2 das passt nicht wie das haben wir auch nicht mehr das passt auch nicht ich sehe die schuld bei barna was ist hä ich habe hier gerade keinen plan was neues fertig komm her willst du was hier ist mal wenn ich denke er hat die grenzen des guten geschmacks erreicht betrifft er das noch das eigentlich schlimmer daran ist ungefähr so rennt er in wirklichkeit auch um was sagt eigentlich die uhr 34 minuten sagt die uhr hat nicht immer so viel nach uhren ja ich wollte noch mal das letzte mal das ist nicht so gut gemacht mit dem uhren ablesen du brabbelst immer bei ihm ist das mit dem zeitstopp immer so plus minus 15 minuten ja warum darf ich hier schon wieder das ding nicht benutzen ist es doch du hast schon gesehen dass wir hier wellen machen müssen ja ich wollte ja nur der richtigen ausgangsposition sein du nimmst die autos schmeißt sie in die luft du bist so sangweilig mir nachladen sind so langsam hier war schon mal war schon mal spannendes willen machen was macht er ja da schießen er schießen ab ja das fahren bei dir gelernt ja klar er lebt noch hier hau ab das war mein schild mir doch egal warum hängt er hier in der luft weil ich hier in den telekinese hatte naja gut die welle war jetzt mal ordentlich lang aber irgendwie hätten da mehr kommen müssen hallo wir haben superkräfte ein wunsch wird erfüllt ich habe keine munition mehr für meine pistolen dann benutzt mal was besseres ich habe nichts besseres dabei mal diese ausreden fertig naja dann können wir erst wieder was zwischendrin machen ne äh entführe das auto mit den daten ja kennen wir ja auch nicht schon so genug das letzte mal dürfte ich nicht wirklich mitmachen da bin ich aus vieles sonderland ich habe weder das auto angezeigt bekommen noch das zielo das auto hin soll dann klaust du jetzt einfach irgendein auto und bringst das irgendwo hin bei mir ist immer noch das gateway eingeloggt bei mir nicht du solltest doch inzwischen wissen dass er das extra machen muss was ist denn das da leuchtet was da leuchtet was hier ist ein spalt das so ja neben mehr schon gut das hat er mir gerade nicht angezeigt haben die spalt schicken soll so früher oder später ich bin begeistert so was von ist gleich drei autos ja hallo hey polizist das ist meins hier gibt es ganz schön viele auto ach man braucht nur ein das hört sich an wie ein elektroauto naja sieht aus Adsit schon aus wie in der plüschung werbung du guckst werbung wie kannst du nur nur mit einem geistige mit ihr Hiru mithalten zu können Du hast heute irgendwelche Pillen geschluckt, ne? Ich glaube, ich komme lieber zu Fuß hinterher. Es gibt eine Space-Taste, da ist eine Handbremse. Ja, ich habe die Karre schon umgerannt, bevor ich drin saß. Wie hast du das denn geschafft? Ja, indem ich so umgerannt habe, bevor ich mich reingesetzt habe. Oh, du bist so ein Kacknob. Da gibt es 20 Karren. Der hört sich aber auch so was für Scheiße an. Was hat denn jetzt auf mich geschossen? Ah, da ist ein Spalt. Netty and Bala ist wieder nicht in der Nähe, um hier alles aufzutragen. Arbeit da ran. Ach, bist du da, bis ist 30 mal Weihnachten. Ich bin gerade über ein Auto gestolpert. Nein, 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 nein. Bis dahin sind wir... Ah, schon nix angekommen. Ich glaube, wir sind immer zum Absahnen. Ja, das gibt es jetzt. Speicher. Aufs Schiff. Also, das nächste. Trifft dich mit der Lebensfreude. Ich brauche erstmal einen Waffenladen jetzt. Hey, ich bin auf dem Schiff. Komm, talk to me. Wo sind wir denn? Man sieht man, man sieht man, man sieht man. Der und seine Sachen. Da ist ein Waffenladen, den wir noch nicht gehackt haben. Wir wurden gerade überfahren. Wo ist ein Bala? Der rennt immer weiter weg. Aber der ist ja auch heute wieder mehr still, als dass er was sagt. War der Hektar Ding. Du bist nicht mal in der Nähe davon. Ich bin am Waffenladen, du Blödmann. Wie soll das hier wieder gehen? Verdammt, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Äh. Ah, ja. Warum lockt der für mich das Gateway ein? Ich verstehe überhaupt nicht, was das hier schon wieder gehen soll. Das verstehst du öfters nicht. Ja, das sieht ganz gut aus jetzt. Fett. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, was? Hast du wieder irgendwen angeschossen? Nein, ich bin gerade am einkaufen. Oh, ja. Oh, ja. Was zum Henker? Oh, meine Babys sind voll ausgerüstet. Oh, die Pussycat-Gewehre. Zurück, 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 zurück. Halt, vielleicht kann ich das Aussehen ja noch verbessern. Sehr schön. Anpassen. Ja, keine Ahnung, das Schiff wollen wir jetzt noch nicht, oder? Nein. So, jetzt habe ich auch die passenden Waffen dazu. Äh. Äh. Ja, liebensfrohe Schauen die oder schauen, die können wir jetzt machen. Ne, die Leben für die Lebensruhe müssen wir aber umgehen. Heimgezahlt. Ja, da, heimgezahlt. Jetzt hast du geschossen. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier, wenn wir hier spielen, schieße. Du hast geschossen, während wir eine Mission ausgewählt haben. Und? Das macht man nicht. Hey, hier ist ein Flughafen. Nein. Was denn? Wir haben super Kräfte, wir brauchen keine Flugzeuge. Das ist eine gute Idee mit Flugzeug. Ich sehe noch keins. Ich glaube nicht, dass man die großen Passagierdinge da fliegen kann. Ich will kein Vandalismus machen. Das ist aber die Aufgabe. Ja, was ist da? Das ist der beste Weg, die Stadt zu sehen. Naja, zumindest haben sie sich da mal was einfallen lassen, dass man auch die verschiedenen Kräfte mal benutzt. Das ist der beste Weg, die Stadt zu sehen. Das ist der beste Weg, die Stadt zu sehen. Und dije, ich will kein Stell Brand compared. Dici Metal. Diciкий Damen und hart über 확인. Und dann geht es La autopsy externally, der Kippe. Und wir gehen die dr names, nicht anwohner der Kippe. Und in deinem Anwohner vermitteln können. Und dann in unserer beiden Anwohner번 Oder Friends. Und wenn man wieder zu sehen, dann geht weiter. Vielen Dank.